hallo welt da sind wir wieder am heiligen holz und sandra die liebe sandra ist auch da hallo liebe sandra der aus post ist und ich verstehe nicht wo mich die markierung da hier ist noch was zu lesen ich will doch nicht na ja muss auch nicht das wird mir jetzt aber laufend angezeigt machen muss was zu lesen ist das vielleicht meine markierung ja kann sein die blaue markierung ist da hinten dann highwayman notiz passt auf dass die aus dem tal hier nicht zurück erobern schießt sie tot sobald ihr sie seht diese höschen brauchen feuer holz so dringend wie wir ethanol also haltet sie davon fern je länger sie auf dem trockenen sitzen desto besser wer schießt schon ich habe keine markierung auf die raffinerie keine da ist eine blaue markierung auf räuchert sie aus die schatzsuche die habe ich jetzt gemacht aber jetzt ist die andere markierung weg okay ja ich dachte mir wir gehen mal da hin es brennt ja tatsächlich ich habe niemanden getötet ich ich hab den das war aber ganz zivilist im moment ich hab einen Soll ich rein. Das war's. Oh, du bist zurück. Bist du zurück, oder? Na, du? Sprichst du nicht mehr mit mir? Läufst du davon? Sandra? Bist das du, oder? Ja, du bist ein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Ich habe jetzt die Aufnahme. Bist du noch in der Aufnahme? Ja. Gut, ich bin auch wieder da. So. Warum schießt du auf das Amoradius dich auf? Hügel suchte mal, ne? Gut, was wollten wir machen? Wir wollten es zum Tüchel. Na, der ging gut. Wollen wir mit dem Auto hin? Wie steht dein Gefähr? Können wir hier eins holen? Ja, können wir. Wieso ist das nicht mehr da? Wo ist denn das? Das hat einer geklaut. Oh, nee. Oder so, wir laufen. Ach, komm, wir laufen mal ein bisschen. Ja, okay. Da steht's doch. Ach, du kannst ja nicht mehr klauen. Oh, da ist es ja noch. Oh, komm, wir nehmen wir das. Ja. Dann los. Da kommen welche. Über den Berg, auf Schatzsuche geht es jetzt. Ah, okay. Oh, ich hab doch einen überfahren hier. So ein Plünderer war das. Letztisch, jeder. War ein Plünderer hier? Ja. Aber weg war er dann. Tut mir leid, wir haben in dem Ditzel-Cham-Hintergrund. Die Vögel sind abgedeckt, aber halblich wahrscheinlich der Plünderer ist da. Da ist noch ein Plünderer, okay. Da steht drauf. Ach, Mist. Ich seh nicht. Ich auch nicht. Aber hier kann mal was blühen drin. Oh, ich hab ihn doch noch erwischt. In den Popo. Ja. Okay. Ach, da wird schon. Wow, zu der Kirche da oben? Äh, ja, wenn da ein Paket runterkommt, natürlich. Komm mal los. Ja, ja, wir müssen eh da oben. Wirschen, Achtung. Wirschen, Achtung. Wo ist denn was, Frau Klet? Da. Bleib still. Ach, da. 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 Das ist was. Da. Das ist was. so hoff ich doch hier Hier ein Versteck. Hast du... Hat der etwas verfolgt? Ey, du blöd. Was ist da? Oh. Ja. Und ich kann das nicht lesen, nein. Ich kann das nicht lesen, nein. Es ist mir komplett egal, wie der Vielfass den Schlüssel gestohlen hat. Ich scheiß drauf, wie viele von euch bei seiner Verfolgung verfleischt wurden. Wenn er in der Kirche niste, dann geht rein und setzt das Nest in Brand. Holt den beschissenen Schlüssel aus der Asche. Ich muss in diesen Schuppen, und zwar gestern. Der Vielfass hat den Schuppen gegeben. Ja, genau. Bitte? Diese Zahnkapsel. Wollen wir in die Kirche gehen? Ich bin hier erstmal rein. Warum auch immer. Oh, hier liegt schon nur eine Leiche. Ich dachte, hier gibt es was zum Holen. Hier oben. Ah, wieder sind wir da halt. Zwei, fünf, sechs. Gefährlich. Ich... Irgendwas. Wo ist er? Viel Spaß. Wo ist er? Schon nicht. Hat er den Schlüssel? Er ist im Suchgebiet. Also haben wir den Schlüssel noch nicht. Gut. Vielleicht hier oben. Auf jeden Fall ist ja noch ein bisschen Kupfer und Schwarzpulver hier oben. Und hier ist noch die weitere Feder auch oben. Vier von sechs habe ich. Schwarzpulver? Ach da. Und du hast ihn einfach so erledigt? Was war das? Da ist noch was. Verbrenne das Nest. Ja, was ist denn hier das Nest? Hier ist irgendwie sowas wie ein Nest. Wie bist denn du denn jetzt da hin? Irgendwie oben. Von oben runtergesprungen. Also erstmal oben drauf. Da durch das Dach. Da an dem Dach, meine ich. Und dann... Ja, genau. Wie soll ich das... Ach so. Ja, ich habe keinen Molotow-Cocktail. Nicht? Moment. Das habe ich noch nicht. Doch. Kommt. Hast du? Ich... Ich habe auch. Wenn du willst. Ach, ich habe... Ich habe einen Köder geschmissen. Oh, Köder ist gut. Ach so. Ach so. Brenn da. Viel Fraß. Schlüssel vom Schock. Oh, Feuer breitet sich aus. Hast du den geplündert? Ja. Wie kommen wir wieder raus? Gute Frage. Heiß, 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 heiß. Überall. Ich folge dir. Oh, nein. Keine gute Idee. Die Mühe zu folgen. Entschuldigung. Wir kommen ja hier nicht. Ja, warten wir einen Moment, bis das aufhört. Wenn das überhaupt aufhört. Aha. Heiß, heiß, heiß. Hier rauf. Kommst du? Ja. Vorsicht, heiß, heiß, da unten. Da. Unter, unter. Sicher? Ja, nee. Ups. Hier, hoch, 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 hoch. Und da raus, 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 raus. Aufs Dach. Was für ein Theater. Ja, aber echt. Gut. Hier ist noch was zum Glühendeil. Ja. So, wo ist der Schuppen? Da ist der Schuppen. Was ist der Schuppen? Ich glaube, der Schuppen ist beim Schuppen hinten. Da, wo der Schuppen steht. Dieses hier, das grüne Ding. Ja. So ein Krach hier. Ja, wirklich? Was soll denn das? Oh, voll die reiche Beute hier. Oh, lieber Kitz. So ein Schuppen. Und hier haben wir wieder was zum Abspielen. Eins, zwei, drei. Achso. In diesem Tal sind eine Menge guter Sachen versteckt. Aber ein paar der Verstecke sind echt verdammt gruselig. Ein Haufen alte Kirchen und Plakatwände, auf denen irgendwas davon steht, sich vom Vater retten zu lassen. Ähm, ja, 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 ja. Diese Leute hatten schon Probleme, bevor wir hier waren. Mhm. Gut, hält das Papa Verstecker auf? Na ja, ja, ja. Na ja, die Kirche brennt. Komm, wir hauen lieber ab, schnell. Ja, und zwar gehen wir zum nächsten Ausdruck aus. Äh, Kirche brennt ganz schön. Was ich, wo dein Gefährt ist? Doch, hier. Das sieht so nah aus, aber wenn wir wieder die Straße nehmen, ist es so weit. Wo bist du, warte, ich komme? Wir waren das nicht mit der Kirche, wenn jemand fragt. Nee. Ach, ich komm nicht mehr hoch. Oh, oh. Ich treffe uns hier unten an der Brücke. Oh, ich hab mir einen Knüppel verletzt. Soll ich das Einhorn holen und kommen, ja. Oh, hier steht eine brennende Kirche, wäre das wohl wahr? Die müssen auch alles immer anzünden. Wo bist denn du unten? Keine gute Idee. Einhorn kann fliegen. Oh, ich bin schon unten irgendwie. Bist du verletzt? Ja. Oh. Explosion. Ja, ich hab geschossen. Es brennt hier alles. Ja. Uah, Feuer. Ach, da können wir durch, oder? Schaffen wir. Ja. Uah. Überall haben die ihren Schrott stehen hier. Also der nächste Außenposten ist... Oh, hier. Ja. Ah, der leere Garten. Bleib hier. Ich gucke mir erst mal von mir hin. Ich hab schon lange keine Pflanzen mehr gesammelt. Du auch nicht, oder? Ich mach zwischendurch immer. Nämlich so ein paar mit. Okay. Aber... Was, das schaffen wir noch mit dieser Folge? Nein. Nein, nein. Die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge nehmen wir den ein hier vielleicht. Wenn wir es schaffen, natürlich nur. Bist du? Ich geh schon links rum. So ein bisschen. Okay, gut. Dann bedanken wir uns für eure Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Hab's nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.